Hallo? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin... Na, da bin ich aber gespannt! Ich bin... Komm auch mal jetzt so auf den Punkt! Ja... Ich bin Gnichel! Großer Gott! Nanananananana Gnichel! Ich bin Schauspieler, Moderator, Entertainer, der auch mal ganz gerne singt. Ich liebe hohe Spannungen und stehe meistens unter Strom. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr alles gebündelt sehen, was ich so mache. Egal, ob ich gerade in einem Musical mitspiele oder in einem Theaterstück oder in meiner Hamburger Fernsehshow oder ganz neu im Kika, weil leider lustig. Oder wenn ich in einem Kinofilm mitspiele. Oder wenn ich auch gerade mal mit einer Band unterwegs bin. Ja, Songs schreibe ich auch. Am meisten liebe ich es, in völlig unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und so nie in eine Schublade zu kommen. Klar, ich liebe Comedy, ich liebe Slapstick, aber ich mag auch sehr gerne Ernstrollen spielen. Die Frau zieht sich wie weder noch. Ich rat euch peitschen vor. Ich mag es auch sehr, meine Stimme zu verstehen. Und ich mittendrin. Mist. Klein Todi wird klein Gummibärchen fangen. Ach du meine Nase. Oh, ich zeig nicht nur Vlogs aus meinem Schauspielerleben. Ich versuche auch, Gelerntes weiter zu vermitteln. Und ich schreibe auch speziell Sachen für YouTube. Zum Beispiel meine Serie Der Doktessor. Wo hast du denn deinen Kittel gelassen? Den habe ich wohl... verschlammt. Ja, ich werde alles, was ich darf, weiterhin mit meiner Kamera begleiten und ich wünsche uns zusammen noch viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann. Bon roll!